Johoho, guten Morgen! Oh, oh? Achso, ja, auf jeden Fall, guten Morgen und willkommen zurück! Ja, aus dem Wald. Wir leben noch, wurden nicht gefressen. Es kam auch wieder nachts nichts vorbei und hat mich genervt, so dass ich auf jeden Fall durchschlafen konnte. Schauen wir erstmal, was hier draußen los ist. Jetzt ist auf jeden Fall auch eine neue Session. Hä? Da waren doch gestern noch Köpfe. Was ist das denn? Also, ich wollte da doch Köpfe haben. Warum sind denn da jetzt auf einmal Arme draus geworden? Liegt das daran, dass ich das Spiel, also, ja, bestimmt wegen dem Neustart, also nicht Neustart, aber weil ich es halt wieder geladen habe. Also, ja, super. Hätte ich das mal davor gewusst. Wir müssen mal ganz schnell nach oben. Haben wir oben nicht auch noch Köpfe platziert? Okay, die Fallen stehen auf jeden Fall alle, so wie sie sollten. Wunderbar. Hä? Hä, das waren doch auch Köpfe. Also, es sind zwar noch welche nicht fertig, aber wir haben doch gestern noch welche damit reingebaut. Na, hier haben wir nichts gemacht. Und hier, da bin ich mir nicht mehr sicher, da müsste ich nochmal gucken. Aber ich bin der Meinung, dass hier auch Köpfe waren. Ist also alles zu arm geworden. Hängen jetzt überall Ärmchen. Hier stehen die noch alle? Ja, stimmt, hier hatten wir keine. Na ja, gut. Das ist ja ärgerlich. Jetzt ist die Kopfsammlung weg. Jetzt bin ich kein Headhunter mehr. Äh, traurig. Muss ich mal anzünden. Aber das will ich machen, wenn es dunkel wird. Das sieht bestimmt auch krass aus. Alles klar. Ja, was machen wir denn jetzt? Das hat mich jetzt total verwirrt jetzt hier. Total aus dem Konzept gebracht. Ähm. Das Feuerzeug brauchen wir nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hoch ins Dorf. Mal zum Teich. Bisschen Fische holen. Und gucken beim Dorf mal wegen Koffern. Und wo da die Tiere genau spawnen. Weil das würde ich auch nochmal gerne wissen. Und zur Abwechslung. Nehmen wir den mal mit dir. Stehe die ganze Zeit im Inventar und nicht genutzt. So. Ohoho. Ich hab noch nichts gehört. Ach, essen müssten wir auch. Oh. Ja, siehste. Da sind sie doch schon wieder. Na, wer möchte zuerst? Komm. Na, komm. Hier bin ich. Wow. Wie krass. Na. Oh, da ist noch einer. Den müssen wir schnell fertig machen. Und dahinter noch einer. Glück gehabt. Oh, ich will jetzt nicht sterben. Am frühen Morgen. Äh. Ich kann nicht mehr blocken. Ah, jetzt geht's wieder. Äh, jetzt blockt er dauerhaft. Wollt ihr los? Okay. Haha. Der zweite ist reingeraten. So, den kratzt man schnell weg. Okay. So, den haben wir. Okay. Was hast du noch? Tschüss. Gut, zum Beispiel wieder Verstärkung. Ähm. Was machen wir mit denen? Erstmal hängen lassen. Wir müssen ganz schnell was essen. So, feiern. So, da sind 10.000 Meldungen wieder da unten. Mh. Hauen wir uns den Fisch hier nochmal rauf. Wir könnten den ja theoretisch ja wieder duplizieren. Indem wir den einfach fallen lassen. Aber, das machen wir nicht. So schlecht geht's uns ja jetzt hier nicht, ne? Im Notfall können wir heute noch den Schnaps trinken. Achso. Damit will ich ja jetzt erstmal rumrennen. So. Yummy, yummy, yummy. Los geht's. Ähm. Ja, was machen wir mit euch beiden? Ich muss euch da auf jeden Fall wegholen. Oh. Äh, der hängt doch doch gar nicht mehr richtig. Hier. Hier haben wir noch Platz. Madame. Danke. So. Bein auf die Rüge. Zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Oh, irgend so. Oh. Oh, ich gehauen. Oh. Acht Schläge. Alles klar, wir hätten drei Köpfe. Wir könnten uns eigentlich theoretisch wieder so einen großen machen. Was ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Und außerdem müssen wir hier nochmal. Ja doch, wir machen's einfach. Wenn wir drei Schädeln hier hinstellen. So. Und danach gehen wir hoch ins Dorf. Wenn wir die hier schon mal hängen haben. Weil wenn wir jetzt abbauen und wiederkommen, kann es sein, dass es wieder so verbackt ist. Dass die Seile wieder irgendwo in der Gegend, beziehungsweise die wieder irgendwo in der Gegend rumrennen. Und die Seile so komisch hinterher baggen, wo sie da gerade dran hängen. Äh, wie rum? So, bitte. Oh, hier ist ein Ohrpack. Wir hatten sogar noch einen Kopf. Geil. Oh. Hey. Egal, wir bauen uns einfach schnell. Eine neue Steinachst. So. Ist ja auch nicht das Problem. So, wir möchten zuerst... Warte, ich... Ui. Kopf, 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 Kopf. Danke. Den Rest brauchen wir nicht. So, wir brauchen noch zwei Steine. Ui. Oh. Danke. Wie sie überhaupt zerfetzen oder zerplatzen. Krass. Und Stein. Wäre nicht, wenn du mir mal... Oh, das wollte ich gar nicht. Ui, es hat funktioniert. Und ich hoffe auch nach dem nächsten Mal laden. Dann ist es dann auch... Bleibt es dann auch so, wie es ist. Und wird nicht zu irgendwelchen Armen. So, einen haben wir noch übrig. Den möchte ich nicht hängen lassen. Deswegen nehmen wir mal den Kopf mit. Ui, der war fies. So, genau. Das wird in der Hand. Kopf haben wir. Rest haben wir auch. Gucken wir hier erstmal. Hier machen wir auch nochmal später einen hin. Für hier vorne. So, Bärchen... Nicht essbar. Bäm. Aber wir brauchen Steine. Stecker haben wir schon genug. Komm, nimm sie. Danke. Die können wir wahrscheinlich auch nicht essen, weil die so dicht dran sind. Aber wir haben ja... Das ist ja eine neue geladene. Müssten wir mal gucken. Vielleicht liegt hier noch Medizin rum. Eine Fläschchen haben wir ja benutzt. Oh, hier ist sogar was. Geil. Für die Sticks hier rumliegen. Boah. Die kann ich essen. Das Gute ist gerade noch, aber es wird wahrscheinlich gleich passieren. Das regnet noch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja bei mir... Also, weil ich jetzt gerade die erste Folge der neuen Session mache. Also... Eigentlich Folge 15 müsste das sein. Und deswegen regnet es hier auch noch nicht. Aber, wie gesagt, noch nicht. Oh, Fischis sind auf jeden Fall da. Dann nehmen wir uns noch gleich mal welche mit. Wieso habe ich jetzt wieder... Ich hoffe es nicht. Zum Glück kann man sich das immer wieder... Boah! Bin... Oh, der Tag fängt gut an. Was? Okay. Wir haben genug. Und gleich weiter rennen. Croft und Cinemas. Hä? Ne, gut. Alles klar. Habe ich gerade ein bisschen verguckt. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir mal gucken... ...wo hier ein paar Häschen und Eidechsen oben hoppeln und rumschleichen. Es ist ja meistens so, dass man einfach... ...ein paar Sekunden stehen bleibt. Fünf bis zehn Sekunden. Dann müssten die Tiere hier eigentlich spawnen. Und wenn nicht, geht man dann einfach ein Stück weiter. Da hinten bei der Hütte spawnen auf jeden Fall welche. Ich will jetzt unbedingt wissen, ob auf dieser Seite des Waldes welche spawnen. Also von hier... ...bis da hinten hin. Weil das ist ja die Seite... ...an der wir ja näher... ...ja, näher dran sind, ne? Oh, ist da ein Tennisball? Was ist das denn? Oh. Coins. Oh, da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Und da ist ein Stein. Oh, nein, nein, keine Musik. Keine Musik, bitte. Es... ...bar... Oh, ich war mir für den Moment nicht sicher. Oh, jetzt eine Wand vollstopfen. Oh. Okay. Tierchen. Irgendwie habe ich das Gefühl... ...dass der ganze Bereich hier hinten... ...auf jeden Fall tierfrei ist. Komischer Felsen. Baumstumpf. Ach, ist er fies. Wir sind zusammengemischt. Essbar und nicht essbar. Konnt sein, dass man ganz schnell daneben greift. Und dann gibt's Bauchweh. Aber das kann doch nicht sein, dass hier keine Tiere sind. Muss man was gucken. Wie weit sind wir denn jetzt hier weg? Ach so, wir sind hier an dieser Stelle. Weg meinte die ist eigentlich auch ganz gut. Wir müssten doch theoretisch hier unten wieder Tiere spawnen. Ist zwar ein bisschen weiter der Weg, aber... ...so treffen wir auf jeden Fall nicht so oft, würde ich sagen, auf die... ...Ureinwohner. So, hier. Hier muss auch irgendwo ein Tier sein. Ich rieche es. Komm raus. Hm. Nichts da. Das ist doch... Egal, wählen wir wohl, wo das Risiko eingehen müssen und immer durchs Dorf rennen. Boah, die ganze Wand hier. Das könnte doch irgendwo... ...so ein Höhleneingang sein, oder? What the fuck? Das war ein Gummistein. Oh, hä? Ach, das ist kein Eingang. Oh Gott. Ne, mal schnell so ein bisschen umgucken, so. Dann rennen wir ein Stück hier weiter an der... ...an der Stellwand lang und da hinten rennen wir dann wieder hoch und zurück. Und dann so die Kurve rum zum Dorf. Und sonst dauern wir ein paar Tiere weg. Wie schön eben das hier alles ist. Ah, der ganze Bereich hier ist eigentlich ganz schön geil. Komplett bis dahin. Ein Häschen. Das gehört mir. Ja, das ist unfair. Oh ja, drehe deine Kreise. Und jetzt. Aber jetzt. Hä? Komm, einmal noch. Komm raus. Komm raus. Mann, das ist doch unfair. Oh, da ist noch eins. Oh, und noch eins. Wollte mich grad paaren. Tut mir natürlich... Zwei mit einem Schlag. Oh. Das hat sich aber nicht nach Eidex anhört. So, haben wir wieder ein bisschen Rüstung. Davon würde ich aber gerne noch ein bisschen mehr haben. Oh, Schlamm. Ne, kein Schlamm. Ich muss nur warten. Früher oder später. Ach so. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir Eidexen. Irgendwann kommen sie schon wieder aus. Hier sind auch noch Tiere. Ne, hier gibt es keine mehr. Na ja, gut, wir rennen erst mal weiter. Unterwegs werden wir ja noch ein paar finden. Da ist eine Echse. Oh. Das gibt's doch nicht. Das sah aus wie eine Echse. Na ja, egal. Müssen wir jetzt mal weiter. Oh, wir sind ja hier schon bei dem... Ach so. Ja, gut. Okay, okay, okay. Muss es doch hier irgendwas geben. Oh, Vögel, ich höre Vögel. Oh, ich wollte... Oh, Entschuldigung. Ich hätte so eine Zuckung gehabt. Eben irgendwie. Oh, die können wir doch jetzt platzieren dann, oder? Bei uns im Garten. Oder wozu sind die gut? Oh, hin auf welche? Bei so einem Inventar sieht man die ja nicht. Und zu Blättern gehören die auch nicht. Ich habe ja auch schon mal geguckt. Also wenn man die Blüten da aufsammelt, füllt man dadurch nicht die Blätter auf. So, hier müssen noch Tiere sein. Kurz mal warten. In einer dunklen Ecke. Geule, Geule. Ja, das Loch. Oh, das gibt es doch nicht. Ich brauche doch noch ein paar Eideckschen. Wollen wir uns trauen? Dachte ich mir, naja. Keine Eidecks, machen wir da mal ein bisschen Action und dann kann man doch nicht mal rein. Mensch, das ist doch traurig. Oh nee, Musik. Feuerzeug rausholen. So viel Zeit, den ganzen Tag verschwindet, ne? Hier sind blöden Echsen. Du musst unbedingt eine Stelle finden. Oh, was ist hier denn los? Wir wollen eine Stelle finden, wo es die öfter gibt. So wie da im Flugzeug. Dass das Update auch den Spielstand kaputt gemacht hat. Am Flugzeug waren immer Echsen und immer Hasen. Oh, können wir essen. Wir sind sowieso hungrig. Aber wir rennen viel zu weit in den Wald. Viel zu weit. Ach, halt. War hier nicht irgendwo mal die erste Absturzstelle? Was ist das da hinten? Achso. Ich wundere, was da so leuchtet. Ach, jetzt sind wir hier oben, wo die Signalpistole war. Wow. Und da kommt auch der Herr Regen. Ein bisschen später als erwartet. Aber naja. Ach nee, da hinten war die Signalpistole. Naja gut, wir rennen erstmal wieder zurück. Ach nee, da oben ist ein... Da ist eine Hütte. Da steht auch einer. Okay, prepared for it. Wir haben leider nichts. Egal, das schaffen wir auch so. Hoff ich. Angriff. Oh, so ein armen Typ. Nein, ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken, ich kann nicht blocken. Das Ding ist verbuggt. Ich muss schnell die Axt raus holen. Oh, was für ein Mist. Oh, im letzten Moment. Gegen drei, shit. Ich lock sie in den Welt rein. Wo sind sie denn? Oh, oh. Oh, gerade wird es richtig dunkel. Oh! Wie viele sind denn das? Okay, drei. Ich muss einen von dem platt machen. Am besten den Anführer. Verschwinde! Weib! Oh, genau. Du kommst rein. Hau zu. Immer. Witten. In die Fresse. Rein. Nein. Ja, ja, renn weg. Oh, oh. Wo willst du hin? Oh, oh. Unser Ausdauer ist fast da. Können wir die essen? Können wir die essen? Nein. Nein. Ich bin in den Busch. Oh Gott, Glück gehabt. Sack. Hau zu. Hau. Hau zu. So, jetzt ganz schnell. Oh. Da kommen sie hinein. Ich kann nicht mehr zuhauen. Ich muss Schnaps trinken. Okay. Das ist Überleben. Ich muss Schnaps trinken. Sonst nicht. Komm. Bam. Madame steht gleich wieder auf. Oh. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Hau zu. So, sie ist tot. Okay. Nicht wegrennen, Freundchen. Okay, können wir nicht essen. Wo ist er hin? Haben wir einen Kopf? Haben wir. Also bleibt sie liegen. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell, was da am Dorf los ist. Und dann rennen wir nach Hause. Oh, da ist er irgendwo. Da ist er. Und der andere hoppt da hinten auf dem Baum. Feigling der. Oh. Oh. Er hat mich echt getroffen. Na, so geht das. Zack. Zack. Und. Ey. Liegen bleiben. Okay. Er ist verbuggt. Oh, jetzt ist er zerplatzt. Können wir auch Spaß eigentlich immer aus den Leichen? Ah ne, ich will hier nicht einfach überall irgendwas Weißes rumstehen haben. Das ist dann auch blöd. Wo ist die Hütte? Da. So, gibt's hier irgendwas? Eine Leiche? Oh, Schnaps. Sehr gut. Machen wir uns gleich mal ein Lagerfeuer. Unter der Hütte da. So, genau. Hier. Gucken wir auch später nutzen wir immer so ein größeres hier. Dann sieht man das auch immer. Ne, hier hin. Falls wir mal reinrennen wollen. Das war klar. Oh. Ey. Was lag denn da noch? Achso, keins. Das ist die Echse hin. Nein, Hase nicht. Echse. Pilze. Pilze. Das geht auch. Aber Echse. Wo bist du? Oh. Verdammt. Wo kommt ihr denn her? Medizin. Okay. Wir müssen nochmal kämpfen. Zack. Zack. Aggressiven Viecher. Okay, aufgeteilt sind sie. Scheiße. Wir müssen unbedingt was essen. Wir brauchen dafür aber noch einen Stein. Den haben wir jetzt. Oh. Glück gehabt. Hätte auch der Tod sein können. Boah, der war auch knapp. So, Freunde. Madame. Einmal bitte ins Feuer. Hat sie ein Glück. Oh, das ist eine Echse. Oh, eine Flair. Oh, ist der blöd. Ehrlich, das ist jetzt auch wieder nicht brauche. Ich will blocken, das geht aber nicht. Deswegen, jetzt ist es auch wieder. Nein, das ist mir irgendwie ein bisschen zu verbuggt. Deswegen nutze ich auch die hier immer. So, gleich seid ihr dran. Ich will nur. Oh, der Hase. Wie cool. So. Zack. 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 Oh, ganz ruhig, Madame. Ganz ruhig. So. Nein. Oh, hat sie erstmal daneben gehauen. Oh. Manchmal reagiert er auch so blöd. Oh. Oh. Nicht verzögern. Nein. Sie haben uns erwischt. Oh, Leute. Was machen wir jetzt? Erst mal sagen. Licht an. Okay. Alles klar. Alles klar. Wir sind schon mal alleine. So. Wichtigste erstmal. Medizin. Und ein Schnaps. und Leuchtpistole. Und Leuchtpistole. Hier gibt es irgendwas zu entdecken. Und irgendwie alles gleich aus. Oh, da leuchtet irgendwas. Da ist unser Haus. Was ist das denn? Oh, Alter. Wie viele Schädel. Was ist das? Ich kann das nicht treffen. Oh. Das ist ein bisschen Ruhe. Ich muss weg. Das ist ja eklig. Nein. Oh. 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 Licht. Licht. Oh. Ich muss hier weg. Oh. Oh. Okay, wir müssen weg. Ach, die brennen, ja. Oh. Die Flair geht nicht mehr. Ja, die sind auf jeden Fall verbuggt. Das ist ja krass. Naja, aber vielleicht auch zum Glück. Wer weiß, wie krass die sind, ne? Aber die unten noch immer zum... Sonst ist hier nichts, oder? Was hängt denn da rum? Oh, wir brauchen die Taschenlampe. Oh, viel besser. Ach, was. Da hängen gleich... Oh, wie viele... Achso, ich dachte, das werden alles Koffer. Ja, da sind auf jeden Fall... Oh. Aha. Oh, elf Passenger. Boah, wo geht's denn hier überall lang? Oh. Oh Gott. Ich bin auch so auf den... Abzug gekommen. Puh. Ist auch wieder ganz ruhig. Ich muss hier raus. Was ist hier oben? Ich will... Ich hör komische Geräusche. Achso, von hier bin ich gekommen. Oh Gott. Oh, hier geht's schon mal hoch. Okay. Genau. Hier haben wir dich einmal im Kreis gerannt. Alles klar. Oder hier hinten gibt es ja nichts mehr, oder? 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 Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So, go, go, go. Hoch hier. Ich weiß auch nicht, die Taschenlampe dürfte auch nicht ewig halten. Aha. Wo sind wir denn hier? Und da sind ja noch mehr Leichen. 130 Passagiere. Oh, wo sind wir denn hier? Koffer, kann man die öffnen? Geil. Vielleicht ein Snack dabei. Leider nicht. Hier. Dann wollen wir nicht zu lange hier unten bleiben. Ah, na, geht. Wir haben ja noch genug Schnaps. Ah, jetzt haben wir aber auch wieder einen Riegel. Oh, was ist das denn? Aha. Äh, warum leuchtet denn da? Regnet es in der Höhle? Okay, jetzt ist es weg auf einmal. Hä? Komischerweise. Und ich habe das auch nicht aufgehoben. Das ist auch verbuggt. Also entweder wird es nicht angezeigt. Oder man kann es halt einfach, ja. Ja, ich bin da nicht integriert hier. Zumindest im Inventar. Wir plündern alle Koffer. Oh. Da war doch noch was. Oh, die Taschenlampe gibt langsam auf. Ich weiß auch gar nicht, wie man die auffüllt. Ich hoffe, er macht das irgendwie automatisch. Oh, nein, nein. Wie macht man denn das? Mach mal an. Okay. Geht irgendwie nicht mehr. Oh, hier ist noch jemand. Noch jemand. Oh Gott, wie viele. Muss ich dir mal alle angucken, damit das gezählt wird? Alter, stehen welche. Äh, wo ging das denn bitte hin? Oh, oh. Wuh! Ich will jetzt nicht sterben. Würdest du den mal bitte treffen? Äh. Mach das nicht an. Okay. Hier unten ist auf jeden Fall Leuchtpistole erstmal erlaubt. Man weiß ja nie, was hier passiert. Also, wegen Bug und so. Okay, okay, okay. Da steht niemand. Kann man da hoch? Ne. Hier hängen aber auch mal wieder welche. Ich weiß nicht, ob schon irgendwer alle gefunden hat, aber wahrscheinlich noch nicht. Es gibt bestimmt noch welche in Bereichen, die noch nicht betretbar sind. 28. Es kommen immer welche dazu. Die sieht man auch so schlecht. Ich hoffe, es ist der Ausgang. Wollte ich die ganze Zeit nach oben starren? Okay, weiter geht das. Oh. Wie soll ich das jetzt geben? Soll ich gegenhauen oder was? Gott. Gott. Ach was, das ist jetzt schon wieder weg. Vielleicht. Oh. Yay. Okay. Geil. Huah. Haben wir die jetzt für immer? Gibt es was machen wir? Ach, da sind gar keine. Ach doch, da sitzt du mich. Ein Warnschuss. Ach. Wir haben die überrascht und sind sofort gestorben. Low Energy, eat something. Ja, werden wir gleich machen. Oh nein, ich habe sie fallen lassen. Ne, die will ich jetzt auch noch nicht. Nicht, dass ich die fallen lasse. Wir nehmen erstmal. Okay, sie wurde verdoppelt in dem Moment eben. Ach, verdreifacht sogar. Wir haben schon dreimal. Oh mein Gott, dieses Spiel. Wir müssen uns beinahe, wir müssen nach Hause. Aber hier ist mal alles aufheben. Sack. Da lebt noch irgendwer. Oh. Er hat es nicht abbekommen, aber jetzt. Oder? Ja. So, aufheben. Das aufheben. Das, das, das. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oder wisst ihr das auch? Das nicht fertiggestellte Lagerfeuer ist da oben. Äh, wieso brennt der nicht? Alter. Alter. Was ist denn für Stock? Du verrückter Typ. Wenn der mich jetzt gleich weghaut. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da los ist. Ich lasse ihn einfach mal um mich rumrennen. Er hat sich da jetzt auch hingestellt, wie keine Ahnung wer. Oh, hier geht es irgendwo hin. Oh, da gehen wir ja nicht hin. Da gehen wir das nächste Mal hin. Okay, wir müssen erst mal raus. Der Typ, Mann, der ist da total. Der macht mich verrückt. Ey. Bist du noch ganz dicht? Wo bist du? Ey, das ist Absicht von ihm. So. Ganz oft zuhauen. Nein. Nein. So, jetzt wieder. Komm, nochmal. 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 Auf den Boden mit dir. Jawohl. So. Das waren deine letzten Runden. Was mit dir? Okay. Boah. Hä? Wir sollten jetzt vier Arme und vier Beine. Wo sind das die Reste von ihm hier gewesen? Naja. Oh Gott, oh Gott. Wie viel Zeit wie hier schon wieder. Wir müssen die Coins noch aufheben. Die Koffer schnell mal durchsuchen. Auf jeden Fall mieser aus, ja. Noch irgendwas zum Aufsammeln? Oh, da hängt noch was in der Luft. Noch auf dem Boden. Hier auch noch. Hier auch noch. Mensch. Blindfisch der Weed. Wie krass. Wie viele. Oh, da ist noch was. Kann man aber ja gar nicht tragen. Das ist ja Blade. Wie viel Zeit. Naja. 32 haben wir jetzt entdeckt. Ne, 35. 38. Okay, jetzt aber raus hier. Das reicht. Wenn's überhaupt rausgeht. Bitte. Oh, was ist das? Kommt irgendwas? Ach, was. Die Koffer sehen aber schon ein bisschen älter aus. Also nicht die ersten, die hier irgendwie von den Uhren-Einwohnern geschnappt wurden. Oh, frische Luft. Und die nicht fertiggestellte Hütte. Oh, wie weit wir weg sind. Muss noch zu Hause. Da kann's hinten. Oh, zwei Snacks essen. Aber naja, wir... Ich bleib erstmal hier. Wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen. Und ja, in der nächsten Folge rennen wir mal zurück und gucken, was unterwegs da noch so auf uns zukommt. Alles klar. Wir haben es auf jeden Fall überlebt. Wir wurden zwar gefangen genommen. Das erste Mal. Nach dem Update. Aber wir haben es auf jeden Fall überlebt. Axt bekommen. Und ja, so eine Rom oder hier so eine Seile. Aber irgendwie sind die nicht da. Naja, egal. Auf jeden Fall sag ich mal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Amen. Amen.